Hallo, also ich bin der Gerard, bin 29 Jahre alt, bin ein lebenslustiger junger Mann, der sehr aufgeschlossen ist. Ich mache gerne Freizeitaktivitäten, wie ich gehe gerne ins Kino, gehe gerne was trinken, auf Festivals. Heute mache ich ein Interview zu meinem Alltag, wo es um mich geht und zeige euch mal, was ich denn so im Alltag mache und erzähle da ein bisschen was. Und natürlich meine Videoblogger-Geschichte mache ich auch sehr gerne. Und dazu habe ich mir einfach gedacht, ich werde mir jetzt einen Account erstellen auf YouTube oder einen YouTube-Kanal machen, wo ich einfach so mal das Thema Inklusion thematisiere. Gerade in der Politik, die haben alle andere Themen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, um da einfach ein bisschen Aufklärung zu betreiben.